Der Jumy-Moderator ist wieder auf Abenteuerreise. Los geht's diesmal in Polen und zwar in Warschau. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, come on everybody won't you clap your hands White folks do it on time if they can Sounds good now here's the plan Let's all sing together like we're in the same band I'm the bomb and about to blow up 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 Now we're gonna reach another whole new level Grab in the light on the run from the devil Been downtown far too long I feel the sun rising all up in my bones I'm the bomb and about to blow up I'm the bomb and about to blow up Oh 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 So meine Lieben, das war es schon wieder aus Warschau. Also ich würde sagen, Warschau ist auf jeden Fall eine Reise wert. So eine Tagesstädtereise, ein bis drei Tage und hoffentlich natürlich mit gutem Wetter. Ich hatte leider ein bisschen Pech, aber in dem Sinne doch Glück, weil es nicht geregnet hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann nicht vergessen zu liken und natürlich auch mal bei Facebook vorbeizuschauen. Bei eurem Dschungelmoderator. Bis bald. Ciao. Macht's gut.